Hier. Hier. Boah, na endlich! Du musst ja wahrscheinlich wieder ab zu dem Herrn Sprecher kommen, wo wir sterben. Gleich müssen wir alles wieder von vorne machen. Ich freu mich. Achso, da kommt ein Aufzug. Ab nach oben! Zur Hölle, was ist das hier? Ein Sofa! Ich sollte vorgehen. Was hat der gerade gesagt? Ich konnte gar nicht lesen. Was zum Teufel? Hä? Ach, da ist er. Es ist noch einer. Da, da! Ich war's herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hä? Von was sprechen die? Ich glaube, wir haben den Dialog unterbrochen. Nö, das war doch nicht. Ich kann ihn übrigens nicht erschießen, solange er hinter oder in diesen Kisten ist. Dann schiebt er aber die Kisten weg. Ja, aber ich... Hä? Leben. Jetzt hassen. Nee. Jetzt hassen. Ich warte wieder mal. Schau mal auf die Kiste drauf und dann doch auf VR. Da kann er mich nichts machen. Außer an der Wand zerstellen. Er ist tot. Ja, mittendrin ist was in den Kisten. Mittendrin ist was, da funkelte was. Einmal hier, einmal... Wow. Ne, ey, was blinkte denn da jetzt gerade so? Keine Ahnung. Also ohne Witz, da blinkte was. Na, komm mal hier rüber. Können wir hier durch? Wollen wir irgendwas machen? Warum können wir da hin? Naja. Ja. Andere Richtung. Ich glaub, da hätten wir einfach nur lustigen Dialog gelesen, wenn man gewartet hätte. Ja. Geburtstag. Ach ne. Nein, ich dreh mich um. Elgir, was musst du mit dir reden, Jack? Wir machen einfach die Tür wieder zu und warten hier. Ich geh wieder. Tschüss. Ja, ich hab mich umgedreht. Danke. Ich mag sie nicht. Ich auch nicht deswegen. Ich glaube, ich werd verrückt. Ja, genau so geht's mir gerade. Das beschreibt's doch passend. Ich krieg'n Vogel. Frische Luft. Kapitel 9. Ups, falsche Taste. Oh, ich bin fast tot. Ja, das, äh, egal. Neues Kapitel. Und jetzt? Äh. Ich würde runtergehen. Ja. Ich wollte eben sagen, da passiert was. Da war ein Geschütz. Was? Warte. Okay. Jetzt. Achso, ich wollte dahinter gehen. Ne. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Komm mal raus da. Na schön, Jack. Achso. Ja. Ja. Warte, da ist einer. Achtung, 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 Jack. Der versteckt sich. Ja, den, den wollte ich eigentlich noch haben, aber... Jetzt. Den haben wir. Da ist eine rote Karte. Das ist die Frage. Ja, wenn wir hier runterfallen sind, wir nur ziemlich am Arsch. Ja. Aufeinander stacken? Ja. Nein. Falsche Richtung. Weg, weg, weg. Bleibst du da stehen? Alle bleib da stehen. Wenn wir runterfallen sind, wir im Arsch. Er bleibt stehen. Ja, so schnell kann ich auch nicht reagieren. Ähm. Naja, das war die Reaktion seit einer Schlaftablette. Ja, siehste. Ja, siehste. Kann er jetzt mal liegen bleiben? Der lag doch schon. Ah, der flog mehr in der Luft. Achso, jetzt umdrehen, umdrehen, umdrehen! Achso, ja, runter. Wow. Ja, siehste mal. Wow. Oh. Oh. Du hättest mich reviven können. Was? Das Feature gibt's hier? Okay. Was? Was? Sicher? Glaubst du nicht, dass wir... Oder sind wir jetzt zu oft gestorben? Doch, doch. Ich weiß nicht. Nee, da war der Kreis zurück. Du konntest mich wiederbeleben in dem Moment für eine Sekunde. Ja, aber wie? Ja, das habe ich mich auch gerade gef... Was? Alter, was zur Hölle? Ja, ich bin hier nicht wirklich durch. Rüber. Runter. Ha! Mein Fehler. Spring du mal lieber. Ich... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber... Er lässt mich einfach an der Wand kleben. Mal wie so ein Insekt, das... Ich glaube, mit der... Ich glaube, mit der Tastatur klappt das einfach nicht. Ich will mich hier nicht rausreden, aber das ist echt schrecklich. So, jetzt spring du mal. Spray, spring du. Danke. Hat gut funktioniert. So. Okay. Dann einmal ab nach oben. Ich konnte gerade nicht auf die Kiste springen, aber... Können wir nicht auch hier nach oben? Wollte gerade sagen, das ist eine gute Idee. Mein Fehler. Was? Einfach abwarten. Einfach warten. Wie der uns einfach bemerkt hat. Schießt der? Mitnehmen. Okay, jetzt nach rechts. Rechts. Was? Hat doch funktioniert. Nein! Runter! Runter! Ich wollte eben schon sagen. Ich dachte, du gehst runter. Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Versch... Ich finde es unterhaltsam. Wenn ich ehrlich bin, ich will es gerade irgendwie sand. Dreh dich um. Dreh dich um. Nochmal rum. Nochmal rum. Okay, wir würden sie töten. Stop. Stop. Wir müssen ja eh gleich durch. Von daher. Ja. Warum? Warum? Warte, warte, warte. Das bringt... Leider bringt das nichts. Das bringt immer noch was, wenn die da stehen. Das sind nicht total dämlich. So. Mitnehmen. Ab nach unten. Ja. Und jetzt einfach laufen. Du musst glaube ich, nachdem du so aktiviert hast, laufen nach unten. Ja. Das habe ich mir beinahe gedacht. Was machen wir jetzt? Ach, einfach nach oben fahren. Okay. Achtung. Der Führer. Ah. Da ist ein Tor. Pardon. Jetzt ist da der Führer. Na schön. Achso. Ich glaube, wir müssen über die Brücke hier. Ähm. 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 Das Ding? Ein Geschütz. Was machen wir mit dem? Also das schießt nur in die andere Richtung. Glaube ich. Ja. Kann ich bestätigen. Das können wir auch nicht zerstören. Müssen wir schnell genug laufen? Ähm. Ja, danke. Ja. 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 Da kam gerade sehr viel auf einmal. Ich glaube, wir müssen einfach ... Ich bleibe auf dir. Ich bleibe auf dir. Ja, ich bleibe auf dir. Ja, ich bleibe auf dir. Um Gottes Willen. Dann planieren wir mal hier entlang. Und jetzt? Äh. Wir müssen irgendwie an den Aufzug kommen. Hier. Ah. Du musst nach links. Du musst nach links. Du musst nach links. Wir müssen von der linken Seite hoch. Da muss er aber schnell sein. Ja, vor allem ... Der hat das gerade tatsächlich nicht genommen. So. Wir haben ... Gott sei Dank ein ... Wir hätten die grüne Karte verschließen. Der versteckt sich. Wow. Wir haben uns gegenseitig angeschossen. Das ist sehr schlau. Äh. Gegenseitig? Da war die grüne Keykarte. Also, gegenseitig können wir uns nicht anschießen. Äh. Wir müssen nach unten. Wieso halt dieser Aufzug? Ja, der fährt eben nur in eine Richtung. Position. Okay, fahr mal nach unten. Da ist gleich wahrscheinlich noch der andere Freund, der runtergefallen ist. Okay, Turmstufe C3. Ja. So. Okay. Jetzt nach oben oder was machen wir? Ja. Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal hier noch kurz auf der Seite. Ja, aber wir können C3 raus, aber dann können wir noch oben. Aber oben können wir auch noch mal raus. Lass mal kurz hier gucken. Lass mal kurz hier gucken. Lass mal kurz hier gucken. Die blaue Keykarte. Genau. Also, wir müssen erstmal in die nächste Stufe. Ja. Ähm. Ja. Sehr freundlich. Wie immer. Bitte. Ah. Paktisch. Das Spiel hat mitgedacht. Boah, Alter, Alter, zurück. Um sein Freund die Federn zu rupfen. Boah, wie können wir jetzt hier nach unten fahren? Boah, Alter, das ist dieses Spiel. B4. Hier. Jetzt kommen wir in B3 an. Boah, wenn man sich mal vorstellt, wie wir da durchgelaufen sind. Ne, dann müsstest du einfach mal so eine Karte von dem Gebäude zeichnen. Und das zeichne, wie man da durch ist. Rechts, links, links. An dem B2 sogar. Scheiße. Renn, 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 renn. Und auch nicht. Okay. Wir landen bei B1 direkt. Warte, warte. Wir müssen hier lang. Hier lang müssen. Achso. Okay, vergiss es. Vergiss es. Schon vergessen. Okay, wir müssen blau. Ja, die brauchen wir. Und jetzt. Achtung. Achtung, da ist eine. Ja, was machen wir mit der? Uaaaah. Falsche Richtung. Was ist denn jetzt für eine Aktion? Falsche Richtung. Scheiße. Ne, warte. Ja, weißt du, bei dem Speicherpunkt kannst du dich jetzt auch nicht beschweren. Und ich sag's dir nochmal, es liegt an der Tastatur. Ja, ja. Ja, es ist kein Witz. Es ist echt... Oh, ich hätte echt einen Controller verwenden müssen. So. Ja. Auf nach oben. So geht's auch. Ja. Ja. Auf nach oben. Auf nach... in den Keller. Yay. Okay, D2 sind wir jetzt. Weiter. Jaja, siehst du mal, Schlaftablette hier. Okay, blau. Karte. Ich glaub, das war das vorletzte Level. Nein, ich glaub auch drin. Danke. Nein, schieß dir doch an. Kann ich nicht. Halt an, halt an. Halt an. Wir sollten dir jetzt bald schießen, dann bleibst du auch... bleibst du auch erstmal liegen. Ins Knieder hin. Warte mal, wer braucht was? Ja, du brauchst beides. Ja. Und tschüss. Ups. Yes. Au. Wow, hast du mich grade mitgerissen? Oh nein. To it. Naja, Speicherpunkt. Wieso sind wir wieder hier? Weiter, sofort, weiter, weiter, weiter. Weil die Speicherpunkte in diesem Spiel einfach richtig schön... Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Er ist wahrscheinlich random einer hergegangen und hat mit so einer Dartscheibe auf die Map geworfen. Und hat dann alles gemacht. Weil eigentlich hier so ein Speicherpunkt wäre super. Danke. Okay. Achtung, wir müssen glaube ich nochmal Dini anschießen. Möglich. Halt an. Halt an. Oh. Ja, hat funktioniert. Denken wir bitte an Stuart? Achso, warte. Ich brauche schon fast wieder Munition. Nein, warte. Warte. Achso, ja. Springe auch nicht drauf und schieße auf ihn. Okay, oder so. Okay, und jetzt? Stuart? Wir müssen uns glaube ich... Geschützt. Warte. Da oben ist eine Plattform, siehst du die? Die schwarze? Ja, ja, ja. Also los. Und nochmal. Oh nein. Oh nein, nach oben. Oder auch nicht. Ich glaube da hätten wir nochmal springen müssen. Ich verstehe, ich verstehe wirklich den Speicherpunkt hier nicht. Ne, der ist einfach absolut random. Der macht absolut null Sinn. Ach, Herr Jemine. Scheiße, ich kann mich nicht mehr umdrehen. Danke. Aber sie hat eine schöne Handtasche. Glaub ich. Halt. Warte, ich... So. Sicher ist sicher. So. Warte, warte. Ja. Nein, scheiße. Das war knapp. Okay, ich muss gerade überlegen, wie kommen wir denn... Wieso kamst du da... Ja. Wieso kamst du da... Dieser, dieser exzellente Punkt hier. Was? Wieso kamst du da hoch und ich nicht? Ich weiß auch nicht. Das ist doch absolut random. Er ist tot, Jack. Er ist tot. Er ist tot. Schade. Verdient hätte er es. Danke. Schieß! No. Jetzt... Halt... Aaaaahm... Ich... Ja. Ja, ja, okay. Wahrscheinlich. Ah, endlich. Danke. Von wem war das jetzt nochmal die Tochter? Jetzt bleib doch stehen! Oder auch nicht. Vom General. Du hast schon ein bisschen Munition fallen. Egal. Nein, nein, nein. Schieß! Achso. Ja. Warte. Nein, ich wollte... Aua. Du stehst auf mir drauf. Ich will... So muss man das machen. Ich konnte partout eben nicht auf dich springen. Sprün mal runter? Okay, jetzt erst mal runter und dann... Nee. Hilfe! Hilfe! Wie? Wie? Ich glaube, wir müssen das doch zu zweit machen. Ja, aber wie? Na, irgendwie. Wie? Wie? Lauf! Ups, ich hänge gerade evokabelmäßig fest zu. Okay. Naja, das reicht. Puah! Danke! Ich sag dazu nichts mehr. Tschüss! Nee, jetzt noch nicht. Andersrum. Tschüss! Achso, sorry. Jetzt bin ich gerade auf sich aufgesprungen. Also irgendwie muss das zu zweit gehen. Ja, und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Noch später kann ich nicht springen. Wir werden direkt beide sterben. Wunderbar. Das ist einfach so random. Das ist so fucking random. Das ist so fucking random. Also, mich haben wir ja einmal nach drüben gekriegt. Ja, aber dafür saß ich dann da unten. Dann muss es ja irgendwie funktionieren. Überspringen. Oh, sorry. Danke. Abbrechen, abbrechen. Ich glaube... Ich glaube... So. Was? Jetzt denk dran zu schießen, wenn wir rüber laufen. Naja, ich war eben abgelenkt. So wie jetzt? Ah. So, wie kommen wir jetzt da zu 1 Hölle noch rüber? Warte mal, wenn wir nach unten gehen und unten davor stehen... Das kann auch sein, ja. Na, was hast du dir jetzt gemacht? Abgesprungen. Schade, dass ich keine Facecam an habe. Ja, das frage ich mich auch. So. Ich kann hier nicht das Gesicht sehen. Ach Gott, ey, diese Kuh. General, es tut uns leid, aber wir haben sie erschossen. Und? Ja. Das kann ja passieren, ne? Und abgeschossen werden. Jetzt. So, warte. Du bleibst drauf. Ich mach, was ich meine zu machen. Ja. Das ist der Führer. Ich rufe das Boden Evakuierungsteam. Hast du die Abtun? Ich rufe das Boden Evakuierung in 10 Minuten. Du solltest die Mädchen haben. Over. So. 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 Das ist öfter mitbekommen. Wir scheitern hier. Wir haben ein oder ein sag glaube ich noch irgendwas entdecken können oder so. Aber auch nicht sonderlich viel. Können wir noch weiter nach oben? Ja, wir können noch weiter nach oben. Äh. Kommt nicht durch die Lautsprecher hier. Die wackeln so schön. Da ist ein Bildschirm. Also einer der aktiviert ist. Oh. Fahren wir jetzt nach oben ohne das Mädchen zu haben und werden deswegen von unseren Kollegen im Stich gelassen und werden sterben? Ah. Na. Ja. Hilf mir. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Du Kuh bist da selbst hochgerannt. Vergiss es. Ich hoffe ihr Jungs könnt sie besiegen. What the fuck. Ich hoffe die krepiert da oben. No. Cool. Ja. Ich sehe noch mehr von ihnen. Lass in der Ecke stehen bleiben. Ja. Passt recht. Wäre besser gewesen. Bleibt mal in der Ecke. Oh. Ihr Jungs seid echt gut. Huch. Passt auf. Dreck. Komm welche. Okay. Oh nein. Ich komme immer mehr. Und die bleibt da einfach rum stehen. Errungenschaft. Diese Pinguine brauchen ihre Mutti. Ah. Der lebt noch. Ich weiß. Ich habe keine Munition mehr. Alter. Wie viel er lacht. So. Hier ist doch. Ah ne. Okay. Du bist wieder voll. Ich hatte keine Munition mehr. Ich bin einmal in die Mitte gelaufen und war voll. Ich habe mich eben schon gewundert. Deswegen. Okay. The fuck. Das ist doch was. Aber egal. Achtung. Weiter. Weiter. Ich glaube der lebt noch. Ja. Sehr gut. Hol dir mal die Munition check. Ich kann sie hören. Die kommen um mich zu holen. Gine. Hilfe. Es stinkt. Hilfe. Was? Nein. Was stinkt denn da? Ah. Naja. Jetzt habe ich die Munition gestoppt. Und jetzt? Hilfe. Es stinkt. Ich glaube wir müssen rechts oder links weiter. Oh. Pardon. Lass mal hier weiter. Okay. Da ist es höher. Okay. Leben braucht jemand. Ich bräuchte Leben. Nee. Ja gut. Dann spring auf mich drauf. Nee. Wir kommen immer noch nicht. Okay dann andere Richtung. Okay andere Seite. Ich muss erstmal. Ja. Du musst da durchlaufen. Warte. Ja. So. Ja. Sehr schön. Okay. Ich habe immer nicht verstanden warum die gerade gesagt hat ihr stinkt. Naja. Der hat sie mit seinen Fischfingern angepackt. Was? Hast du schon mal Pinguine gerochen? Nee. Hm. Nicht nach Fisch. So. Oh jetzt kommt Igor. Oh Speicherpunkt. Ich hole mir Igor. So ich halte hier die Stellung. Wir sehen übrigens uns in seinem Leben. Alter Igor hat eine Minigun. Rote Lebensanzeige. Heilige. Kann der mal aufhören. Ah ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin nah geschossen. Jetzt bin ich leer. Oh hier gibt es unendlich Munition. Okay. Jack schieß lieber auf den Boss. Achso. Ich glaube der ist schon längst tot. Ich habe einfach weiter geschossen. Ich hänge hier zwischen den Fronten. Warte. Wer braucht das Leben? Ich bin mir grad nicht sicher. Du brauchst es grad dringender. Ja. Okay. Habe ich noch Munition. Du hast fast keine Munition mehr. Aber. Ja ich weiß aber. Okay. Weiter weiter. Der mit dem Schild ist gleich erledigt. Da ist nochmal Leben. Mh. Ja warte ich. Ich muss. Alter. Ich muss. Okay. Scusi. Jetzt. Weiterschießen. Weiterschießen. Der kriegt manchmal ein Schild irgendwie. Ja. Oh die Munitionskiste. Also einer muss sich. Einer muss sich. Auf jeden Fall. Immer Leben holen. Und der andere muss weiterschießen. Ja. Ich glaube der hat auch gerade. Hat der wieder ein Schild. Ja eben hatte der ein Schild. Boah alter ich hab gleich noch eine Munition mehr. Ich brauche jetzt Munition. Ich brauche Leben. Leben 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 Leben. Oh. Boah. Okay. Jetzt hat er schon wieder ein Schild. Wenn ich hier noch Munition kriege. Ich kann ihn einfach tatsächlich durchschießen. Ja. Ich bin gerade leer. Aber ich hab volles Leben. Okay. Ich muss gerade. Ich muss. Ja. Ich muss abwarten. Schieß einfach weiter. Äh. Da kommt eine. Kiste 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 Kiste. Ja. Aber jetzt kommen sie auf uns zu. Ach ne. Ja komm hier mach mach mach. Ja ja. Ich. Das war fast kein Leben mehr Jack. Ja ich weiß es. Würde jetzt. Jetzt stoppen. Würde jetzt stoppen. Ich hing in dir drin. Ja ja mach weiter. Okay jetzt ein Schild. Jetzt ein Schild. Jetzt ein Schild. Boah ich sehe schon wieder gar nicht gut aus man. Ja dann Leben Leben Leben. Komm hier. Schieß weiter. Schieß weiter. Ja mach ich. Du bist nur vorbei. Ja. Schieß einfach man. Ich hab keine Munition mehr. Warte. Ja geschossen. Okay. Meine Munition ist auch schon wieder leer. Ja dann hier. Ja. Ich komm gerade hin. Ich weiß nicht was ich da mittlerweile nicht schießen. Der steht ja nicht mehr alleine. Okay. Wir brauchen Leben. Das ist mal für dich übrig. Ich brauche Munition. Sicher. Ja ja. Ja gut ich will mir leben. Ich weiß nicht wer es sich jetzt gestoppt hat. Ich hab's mir geduld. Ja ja du hast. Er hat sein verdammten Schild. Dann bleib mal hinter mir stehen. Dann bleib mal hinter mir stehen. Dann bleib mal hinter mir stehen. Wenn er mal weg gehen würde. Oh. Alter. Hallo. Sein Schild geht nicht mehr. Langsam wird es aber echt unfair. Warte mal. Ich weiß nicht ob das was bringt wenn wir jetzt noch schießen. Ich weiß es nicht. Ich werde aufpassen Jack. Ich stehe vor dir. Hä? Hä? Ja und jetzt? Was machen wir denn? Oder müssen wir echt nach vorne? Rennen wir jetzt mal nach vorne sonst macht es ja keinen Sinn. Und das können wir ja nicht machen. Ja ne da kickt er mich weg. Geil. Aber hier mach ich dir irgendwie wieder mehr Schaden? Naja. Naja. Lass mal kurz stecken gleich. Rückzug. Lass mal stecken. Okay. Lass mal stecken. Ich bin erledigt. Du müsstest. Leben. Ja. Das Problem ist nur der schießt mich ab. Wenn ich jetzt nach vorne laufe schießt er mich direkt ab. Okay ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Dafür bin ich gleich down. Warte. Ich geh nach vorne. Ich geh nach vorne. Feuerschutz. Das macht doch keinen Sinn. Äh. Lass mal stecken und dann nach vorne gehen. Naja. Wollte ich gerade. Wollte ich gerade. Wenn ich mal könnte. Wenn ich mal könnte. Ich versuche es gerade. Jack. Aber. Sprünge auch nicht drauf. Ich würde es Jack. Ah. Wie könnt ihr ihn. Ja. Das wäre ja gut zu wissen. Das Problem ist er ist jetzt auf der Seite mit Munition und allem. Ah. Wir müssen uns aufteilen. Einer muss das Schutzschild erhalten. Ja. Aber ich komme allein nicht über den. Drüber. Ja. Die Steuerung. Die Steuerung. Jetzt. Schieß. Schieß. Ja. Ich geh mal kurz zurück. Jack. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Aber ich hab komm noch Leben. Deswegen. Muss ich mich hier gerade etwas dran halten. Okay. Wenn du ihn jetzt aufhältst. Dann. Du musst da vorne. Okay. Ich hab's. Ich hab's. Wir müssen wieder. Hinter. Komm. Komm zurückfallen. Zurück. Ja oder? Oder komm. Den holen wir uns jetzt. Meine Munition ist gleich leer. Scheiße. Das war's. Meine ist auch leer. Hm. Und tschüss. Aber der Tag kommt. Ohje. Okay. Meine Munition ist leider leer. Ich muss warten. Ich muss jetzt also erstmal die Stellung halten. Jack. Okay. Gut. Ich jetzt hier. Noch mal das ganze. Na. Komm schon. Weiter. 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 Hör dich auf. Hör dich auf. Schieß einfach weiter. Ich hab noch welche. Ähm. Errungenschaft freigeschalten. Fluglehrer. So. Ich seh. Ich seh da oben jemanden. Jack. Ich seh da jemanden. Ja warte. Warte. Ich hol mir noch kurz. Ähm. Man weiß ja nie wofür man die braucht. Bei der komischen welchen da. Oh. Pardon. So. Warte. Wo bist du? Ach da. Ich hab dich eben nicht gesehen. Bei der Person weiß man eigentlich ob man die Munition doch noch braucht. Fürs Knie. Und so. Oh. Oh. Pack sie dir. Bitte. Jetzt kann sie nicht mehr wegrennen. Hilfe. 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 Das Paket. Wow. Was zur Hölle. Red Loop. Asia. Wie gesagt. Das ganze entwickelt und publiziert von Red Loop. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jack. Der es mit mir durchgestanden hat. Für diese Qualen. Wir haben jetzt nur zweieinhalb Stunden gebraucht. Ich hab echt gedacht wir brauchen hier. Ja ja. Wir haben doch tatsächlich zweieinhalb Stunden. Ja ja. Ich mein es gibt ja noch einen zweiten Teil. Also. Von dem her. Aber. Also. Ich fand das solide. Es gibt ja Kritikpunkte. Aber. Schlecht. Ich mein. Der Preis ist okay. Aber die Spielzeit ist wirklich ein bisschen mau. Ach warte. Muss ich hier echt weiter laufen. Damit die Credits ablaufen. Wo bist du denn gerade? Weiß ich jetzt erst. Achso. Du bist jetzt bei Game Director. Okay. Dann lau. Wie. Wie stimmen wir das hier jetzt ab? Ich bin bei Created by noch. Äh. Achso. Ja. Dann geh mal weiter. War geil beim Game Director. Ich schieße. Hier sehen wir übrigens auch als Silhouette den. Die Einzelspielerfigur. Ja. Und hier kamen sich. Moment. Im. Koop konnte man sich ja nicht ducken. Ne. Hier kann es sich aber ducken. Hier kann man sich ducken und rollen. Im Singleplayer kann man sich nämlich auch hinter Dingen verstecken. Genau. Also hinter diesen Hindernissen. Okay. Jetzt bin ich gerade bei Programming. Ich auch. Okay. Kannst du deinen Gegner auch nicht erschießen? Ja. Der. Ich schieße ihn einfach in den nächsten Bildschirm. Gut. Ich auch. Irgendwie. Art. Jetzt habe ich ihn verloren. Sing. Das klingt sehr asiatisch. Ja. Außer das Audio. Okay. Ich roll dann mal weiter zu Music by New World Revolution. Kommt doch. Ich bin. Bin ich tot? Und bei so komischen Hähnchen. Ich bin gerade echt gestorben und bin wieder am Anfang gelandet. Was? Wow. Ich warte mal. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Bei der Musik. Ich komme gleich. Hey Leute. Was geht ab? Komm Party. Aber töten kann ich dir ja anscheinend nicht. Nee. Das ist richtig merkwürdig. Ich roll weiter. So. Du warst gerade bei Musik. Da bin ich auch gleich. Okay. Ich bin gerade bei Music by. Genau. Da warst du auch eben. Ja. Dann haben wir das. Dann haben wir das zumindest ein bisschen abgestimmt. New World Revolution. Ach die ignorieren mich. Okay. Ja. Die tun gar nichts. Die tun mir nichts. Die tun mir nichts. Ja. Musik auf jeden Fall. Sehr nett. PC Conversion by Abstraction Games. Achso. Ich muss sagen. Das ist immerhin eine Konvertierung. Beziehungsweise eine Mal. Ja. Konvertierung. Die relativ gelungen ist. Und nicht wie. Ja. Für den Arsch sind. Na die Sache ist die. Also das Ganze ist ja auf der Konsole ursprünglich erschienen. Und man merkt schon an den Einstellungen. Das sind nur sehr wenige. Ja. Also es ist schon sehr spartanisch. Aber in Ordnung. Es läuft. Also ist nicht abgestürzt. Ist nicht abgestürzt und läuft. Von dem her in Ordnung. Oh jetzt bin ich schon beim Publisher. Executive producer bin ich gerade mal. Geh mal kurz zurück. Ich bin einfach durchgelaufen. Warte. Wir wollen natürlich die Leute noch honorieren. Die hier. Genau da bin ich auch gerade. Wir wollen natürlich doch die Leute honorieren die hier im Spiel gearbeitet haben. Weiter. Äh. Additional Art. Ja. Genau. Ich lese jetzt nicht alle von Testa, Alma, Lexmont. Genau so zwischendurch. Und hier die Publisher. Reverb Publishing. Achso. So. Und weiter. Production. Public Relations. Public Relations. Natürlich die wichtigste von allen. Oh je. Wir müssen runterspringen. Special thanks. Ich springe. Vielen Dank. Weeeee. Dass du gespielt hast. Oder so. Reverb Publishing. Gut. Ich würde sagen Leute. Das war es dann aber. Let's play. Together. Rocketbirds. Hardball Chicken. Hardball Chicken. Okay. Nochmal danke an Jack. Ich würde sagen. Das war es dann leider. Leider. Schon vorbei. Sehr tragisch. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches. Tschüssi. Ciao.